Lustig. Wie mache ich denn das? Ah, viel einfacher als gedacht. Und? Kapitel abgeschlossen. Okay. Wo bin ich denn jetzt drin? Ja, genau das. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollends wie sich drehen, nicht vollends wie fallen. Ich fühle, wie ich die Schwelle überschritt und die Vision verebten. Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich hinter mir. Doch ein Weg voran tut sich vor mir auf. Etwas zieht mich weiter. Falls du bei mir bist, werde ich dir auf deinen Weg geleit geben. Ich bete, dass du nie gekommen bist. Ich bete, dass du nur ein weiterer meiner Träume bist. Okay, wenn ich jetzt Noten lesen könnte, könnte ich da Buchstaben drauf knallen. Das merke ich mir auf jeden Fall mal. So weit wie es geht. Tja. Haben wir noch ein Böxchen. Was machen wir hier mit? Ach, der ganze Tisch ist schon wieder ein Rätsel. Hier ist doch ein Knopf. Ein Zahnrot scheint zu fehlen. Hier sind noch irgendwelche Dinge mit 1, 2, 3. Hier sind zwei Löcher, die darauf hindeuten, dass etwas fehlt. Ja. Okay, ein Schlüsselloch. Hier, wo fangen wir hier an dem Ding an? Eine sternförmige Fassung. Obendrauf gucken will der gar nicht so richtig, ne? Ach, das war der Tipp wieder. Ja. Jetzt kann ich 1, 2, 3 bestimmen. Aber ich hab ja noch gar keine Infos was es sein könnte. Ja. Ich hab ja noch gar nicht so richtig gemacht. Ich hab ja noch gar nicht gesehen, dass das ist, dass das auch gar nicht so richtig ist. Ja. 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 Ah, ein Handabdruck. Ein Zahnabdruck mit einem Dreieck, das bringt mich doch schon weiter und zwar kommt das bestimmt dahin. Was? Ich weiß ja nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ah, okay. Noch ein Hebelchen. Alter. Eine Metallkugel. Irgendetwas daran ist seltsam. Hier fehlt noch irgendwie ein Stück. Ja. Mach Optik-Käse. Jetzt habe ich ein Zahnrad und die Kugel ist weg. Gut. Machen wir da zweite hier rein. Sternfarbiger Schlüssel und ein paar Tarotkarten. Da haben wir doch. Da haben wir doch. Okay, die Mechanik wird immer gruseliger irgendwie. Ist das eine Musikbox oder? Schalten wir noch mal um. Ne, da komme ich im Moment nicht dran. Dann schalte ich doch wieder um. So. Einmal umgeswitcht. Was ändert das jetzt? Was ändert das jetzt? Ich habe Symbole. A Kringel S. Treffer. Eine Münze. Eine Münze. Da ist eine Plakette oben drauf. Limited Edition. Englisch Drum Table. Vielleicht ist es auch noch interessant irgendwann. Ne. Da gehört sie nicht rein. Wo könnte denn eine Münze reinpassen? Das ist auch irgendwie Quatsch, ne? Die Hand hatte ich schon. Okay, da geht nichts mehr. Hier ändert sich nichts. Das war vielleicht schlecht, aber habe ich einmal aus dem Spiel rausgeklickt. Ich hoffe, das funktioniert am Ende noch. Da bringt mich auch... Warum ist das jetzt durchsichtig? Das war doch eben nicht durchsichtig. Aha. In einer Stellung ist der durchsichtig. Da habe ich ihn jetzt. Ich habe einen komischen Schlüssel, der könnte eigentlich mal hier reinpassen. Okay. Was habe ich dann noch? Ah, der Griff. Und ein Klavier. Das war nämlich die Nachricht aus dem Brief. Okay. Ich muss mir das merken. Ging jetzt noch. Was kommt da jetzt? Ein Metallgriff. Und noch ein Metallgriff. Was mache ich jetzt damit? Zwei Metallgriffe. Oh. 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 Ich muss mich darin. Oh. 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 Das kann ich nicht mehr ändern.